so schauen wir mal was kriegen wir da Zufallswurf raus 13 13 ist eine Primzahl hat also theoretisch keine Wirkung soweit ich weiß brauchen wir es nicht weiter kontrollieren und es kommt eine Gegnerkarte ein alter Kreis ja für oben könnte man eigentlich gut verwenden problem ist natürlich ja die Giftfallen das heißt die Giftfalle Singular die bringt uns hier dann nicht wirklich weiter ich überlege deswegen ob wir den haben wollen oder der unten erst einmal müssen wir schauen wo er den standardmäßig hingehen würde 14 kürzester Dungeon so sind jetzt beide mehr oder weniger gleich lang also sie sind gleich lang Punkt das heißt daran macht sie nicht aus Anziehung 1 auch Anziehung 1 ja ich würde sagen wir geben ein Diplomatiepunkt aus der Gegner hat gerade genug zu tun der wird kein ausgeben deswegen wir die Sache hier quasi behalten können und er kommt in unserer Lanschen jetzt kommt die Gegnerrunde wo die sich bewegen sprich er geht rein löst die Falle aus die die dafür drei Runden aussetzen nicht täuschen lege auf alle genau dauert 3 für drei Runden dann wirkt sie ich mache es noch mal zwei Marken drauf aus Vereinfachungsgründen weil ich ja eh gleich wieder einen weglegen müsste end of turn er löst das Gift aus und kriegt deswegen erst einmal fünf Giftmarken eigentlich will ich die Grenzen nach vorne haben komm mal her so und fünf Giftmarken für dich kommt das war sein erster Schritt so Heldenphase hier unten er verliert seine Zeitmarke am Ende des Zuges weil er kann nichts machen in der Heldenphase die Marke geht mehr oder weniger einfach nur weg aber ab nächstem Zug kann er auch wieder kontern ich lege mal zur Seite so ab jetzt ist er wieder mehr oder weniger frei und unser alter Kreis hier der bekommt fünf Gift Schaden da er fünf Giftmarken hat so wenn du nicht mitkommst du böses Ding jetzt aber komm kopieren zack einfügen gut das soll ich vielleicht ein bisschen besser trennen so fünf Schaden klingt viel aber er hat erst nur 200 zweihens weil durch das Gift wird es mit der Zeit dann auch wirken ich überlege auch die ganze Zeit ob wir den Karsten der Lephosaurus irgendwo hinziehen die Frage wäre dann natürlich wohin hier dürfte er stehen bleiben hier dürfte er stehen dann würde er dann hier stehen und ja ich sag das die wollen wir das eigentlich wäre das ja gar nicht schlecht ne schauen wir gerade von der Population wer er also ich behaupte mal wir hätten im vorigen Zug das noch gemacht können ja später dann noch ein Türchen hinsetzen so gut ja das war's nächstes Segment ist also wieder Zielsegment von spiel 1 ein Notbär das Problem ist uns in dem Mangelsamana auch okay verstehe gut wir machen also nichts bei dem warten wir ab bis zu uns angreift hier 20 100 aber ich kann da noch tauschen das heißt wenn gewürfelt wird hält er sich noch okay ich finde es lohnt sich trotzdem wir greifen mit beiden an machen wieder das war 52 ja es war 96 mal 52 schaden für ihn geht er auf 348 aber er kontert natürlich auch mit seinem Angriff da jetzt nicht mehr gelähmt ist unsere beiden Kreaturen mit seinen 20 Angriff weshalb die entsprechend schaden bekommen und hier auch sagt obwohl der Rüstung korrektoren nicht 20 bei ihm sondern 18 gut was jetzt vorgegriffen habe ist natürlich dass eine karte 10 und ich habe auch die diplomatie punkte unterschlagen muss ich dreisterweise eingestehen ansonsten gibt es glaube ich bei ich nenne jetzt mal spieler 2 hier nichts zu tun gezogen eine Schatzkiste bringt zwei Attraktionen direkt dazu ist nicht schlecht aber ja momentan weiß ich nicht ob wir wirklich so viel Anziehung haben wollen aktuell sieht das nämlich noch ein bisschen gefährlich aus deswegen wir lassen das vielleicht klugerweise erst einmal sein geben ab und kommen damit wieder zur würfelphase eine 5 bei einer 5 würde irgendwas passieren höchstwahrscheinlich schauen wir da vielfaches an die vielfach von 10 verzeihung da und sogar jetzt berührung die kriegt eine aufladungsmarke geil ansonsten hat ja keiner ein vielfaches von 5 wie sieht es hier aus der truhl kriegt eine population dazu du würdest einen dazugegeben bist aber voll ok das war's gegnerphase das heißt erstmal die kartenphase ein ruhmsucher ja für oben wäre der schlecht unten würde eh kein ruhmsucher wollen was kriegt er für ein bonus für meister kreatoren karten schau mal 1 2 3 4 hier unten sind garantiert mehr 1 2 3 4 5 da wir hier unten keinen haben wollen sage ich mal und wir hier oben noch gut ein vertragen können das problem ist lass mich nachdenken 3 6 7 ja das wird dazu führen dass wir da unten ein bisschen mehr druck kriegen aber ist okay ich bin eher sicher er kommt jetzt dahin stimmt weil die giftfalle aber automatisch noch wirklich keine aufladung verliert wäre strategisch klug den runter zu locken dass sie beide konkurrieren jetzt müssen wir kurz nachdenken die falle hier macht nicht wirklich schaden 6 x 40 maximal da lacht er noch wir haben ja noch ein starken drin ja frage aller fragen wie machen wir es ich glaube nicht dass uns den jungen aktuell leisten können dann muss er leider nach oben zugunsten von spieler 1 aber ok gut gegnerphase die kollegen bewegen sich sofern sie können sie können er löst dabei die file server aus die eine aufladung verliert und macht man muss doch ein bisschen näher ran ich glaube 32 32 schaden geht er also auf 37 schaden so die gefälle wirkt nebenbei ja sowieso auf beide gebeten noch mal fünf giftmarken verliert den timer und er findet sich dann halt auf unserer gift falle so kommen wir du kannst mal richtig auf die falle drauf also das ist richtig so dass man erkennt und er greift natürlich nicht wo sauber sagen er hat noch vier angriff das ist jetzt nicht dramatisch und kriegt noch ein konter von acht ab mit auf 45 schaden geht er hier unten greift immer also die regel sagt es wird der nächstmögliche angriff und sprich nicht der hinder sind davor macht uns so eine engel hier noch mal 20 schaden kriegt aber auch noch ein konter von 36 ab und geht deswegen auf 84 hinten hau das hin 70 ja 84 und so sanfte weise hier müssen wir wahrscheinlich dann bald mal austauschen gut nichtsdestotrotz das war es jetzt erst einmal am ende der runde kommt der gift schaden noch bei ihnen zehn bei ihm fünf und wieder seinen ersten schaden bekommt und dann geht es bei spieler 1 weiter der natürlich wieder ein diplomatie punkt erhält und eine karte fungelnder salamander den können wir nicht spielen aktuell fallen ja auch noch auf der hand wie gesagt die deckt sind punkte technisch eigentlich ideal genug ausgelegt dass man früher oder später alles spielen könnte so hat mir nur platz gemacht gut die frage ist hier was machen wir jetzt greifen die versorgung an oder lassen wir es drauf ankommen und blocken wir lassen uns drauf ankommen denn wir haben solche gefallen dass ich zeit hier unten sieht es allerdings anders aus kriegen erst mal wieder einen diplomatie punkt dazu und ja ziehe eine karte nach wir hätten auch entsprechend gleich ab wenn wir brauchen ladungen oder brauchen wir ladungen eigentlich sollte ich das als frage formulieren eigentlich brauchen wir keine ladung wir brauchen andere karten mit dem wir hier mal was machen können wenn du mal endlich ein gegner kommt am besten hier eine falle deswegen brauchen kurz platz wir legen erstmal die hier hin und kriegen eine ladung dazu aktuell sind wir so ein bisschen eigenen dungeon gefangen ja um das zu beschleunigen weil es nichts bringt hier zu warten sondern nachteils weil er sich auch ausbaut greifen wir an sind 36 plus 16 macht wieder 52 schaden geht er auf hinten 6 auf jeden fall von 50 dazu soweit 430 436 also er hier kriegt noch mal schaden geht auf 36 er kriegt schaden 20 geht auf 60 schaden das heißt auf 40 ap gut dann kommen wieder unser beliebter rundenwurf ein acht da dürfte viel passieren durch vielfache von vier so vielfache von vier schauen wir mal unser berlin ist ein vielfaches von vier zack die versor ist nicht und zur fungelnde salamander auch wenn er schwach ist und zur folter schnitzer geht auch wieder eine aufleitung dazu gar jetzt berührung nicht und ja das war es hier vielfache von vier ja hätten wir hier den folter schnitzel nur aber der ist ja voll ich habe gerade einen fehler gemacht lass mich kurz nachdenken passt natürlich alles gut wunderbar dann kommen die ereignisfase hoch gut der nächste hat kriegt eine leder am schiene dann kommt jetzt die heldenphase unsere gift falle hier tut ja erstmal triggern der geht auf 10 geht auf 15 sie verliert ihre letzte zeitmarke also die letzte aussetzungsmarke nehmen wir so lieber so die helden versuchen sich zu bewegen geht aber nicht weil er lief aus dem weg steht das heißt unser alter kreis hier greift den an wodurch er vier schaden tickt so lief aus greift zurück an mit 8 geht auf 63 schaden gut das war hier oben alles jetzt hier unten er greift unseren engel an der steht kurz vorm abnibbeln deswegen werden wir dann gleich tauschen er greift zurück an mit 40 also 36 geht er hinten auf 72 hey ist fast die hälfte ok gut dann ist unser spieler 1 wieder dran für den sieht es aktuell rosig aus er kriegt einen diplomatie punkt zieht eine handkarte nach jeder steiner 3 wie war das denn das muss ich noch mal kurz durchlesen das habe ich nicht mehr auf dem schirm können wir ein bisschen bisschen größer sehr schön legt eine ladungsmarke bei ein vielfacher von zwei schon lege einen ladungsmark auf steiners einlegen fünf euro mehr marken auf ihm opfer ist der gegross vier kann der bietet her für kannst kostenfreien aufgedeckten saurier wirken wenn du ebenso viele aufdeckte räume minus 2 auf den friedhof legt lege die restlichen karten unter dein deck der saurier kommt ein level plus 1 mark ins spiel gut ja das ist jetzt nicht wirklich schlecht machen wir dann zwischenspeicherung ok würde ich sagen das hauen direkt raus haben wir noch ein freies feld gut ist auch gut genug beschützt brauchen uns keine sorgen machen hier kriegs nicht drauf genauso egal wir wissen alle wo es liegt ja hier gedulden uns wieder ganz brav gehen zu unseren spieler zwei der kriegt natürlich auch erst mal wieder ein diplomatie punkt vielleicht muss doch noch ein bisschen raus so ein dazu nicht ein weg zieht die karte nach vor was besser ist auch krass wie der unterschied ist habe die aussatz zwischen 100 und 300 prozent bin ich klicke oder ich muss immer einzeln so ein bisschen nervig ist aber gut dann lassen wir es halt bei 300 kz tür schön blocken können wir jetzt wie verrückt das mal hilft uns aber erst nicht weiter so ganz 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 wichtig ist für uns jetzt dass wir tauschen denn unseren lieben engel hier wollen doch gerne am leben lassen einer der anderen engel auf null geht das ist nicht problem die dürfen auf null dafür sind die da so lange bleibst du erst mal hier ach du bist nun vogel ist auch kein engel so wir haben getauscht und ich überlege mir gerade wie wir am besten schaffen mögen kreator oder so hier noch hinzukriegen da vorne weil der typ rentier irgendwie früher oder später durch egal wir greifen erst und mit unserer protektoren das nichts an die dann leider konterschaden kriegt und zwar 18 54 und sie selbst richtet nur 16 an geht er auf 88 gut soviel dazu würde ich sagen ereignis phase an die quatsch verzeihung runden wurf 16 da dürfte nichts passieren wo doch klar eine vielfache von vier sind ja auch 16 sprich unser bärli hier kriegt eine population dazu unsere funkelnde salamander kriegt eine population dazu gewinnen wir haben noch ihre nicht 16 ja der verfahren autrefériete sehr voll gut ereignisfase nur sielitern da ist der kopfkaner abgeldjäger wird zusammen mit der leichten leder am schienen spiel kommen frage ist nur wohin was hat er denn eine eile wäre unten geschlecht den könnten die vertragen kann auch wenig hp hier oben ich überlege gerade eigentlich müsste man sich als den hier oben den trotzdem kein ok jetzt wird es tatsächlich mal ernst wer den kriegt für kürzesten dungeon schauen wir mal das wäre tatsächlich oben sprich hier unten müssten wir jetzt aktiv werden und wir müssten die drei ausgleichen also zahlen wir mal 4 die plus haben wir vorübergehend eine attraktion von fünf der hat oben vier aktuell und ja jetzt geht es darum wer mehr bietet für ihn wäre es jetzt hier aber einfach clever weil der unten schon so viele bezahlt hat falls er in spiel kommen wird er kommt er stattdessen erst nächsten zug ins spiel es wird nicht ersatzweise ein ereigniskarte gewirkt das spielen wir jetzt denn ein grenzer dürfen noch übrig haben wir glaube ich extra übrig gelassen genau und wir heilen uns um vier mal anders ausdrückt er hat seine diplomatie punkte grad verschwendet sowie heilen uns um vier habe ich gesagt gehen also auf 88 und er hier wartet noch einen entzug und nach vorne gut ok muss nur überlegen der fertig der fertig genau heldenphase so die gefälle wirkt nicht mehr das heißt sie wie war das denn mal deaktivierte sich wieder moment anordnung ganz nach so radius 1 dauer 3 die aktiviert sich tatsächlich sogar wieder also vielleicht schon vorstelle hätte gern hier ein mindestens so kriegt wieder also zeitmarken ich gebe wieder nur zwei weil sie ja sowieso dann entfernt werden du bist nach wie vor ganz vorne und es werden hier wieder giftmagen verteilt was richtig gut ist ok die falle hier unten löst auch aus zack 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 eine mage weg und 32 schaden geht er auf 95 greift den liefer saures an verursacht vier schaden den liefer saures hat immer noch ap und der liefer saures kontert mit acht acht mal vier sind 16 32 ich glaube das hatte ich vor uns gar nicht berechnet habe ich auch nicht 32 das hat jetzt schon zweimal gemacht wenn ich täusche also 64 64 96 wenn wir so wollen abzüglich zweimal acht sprich 16 also 80 schaden wenn das noch perfekt nachverrechnen das ist schon bei 175 ok gut hier unten ja hier unten ergreift die erale akkolytin an die erale akkolytin kriegt 20 schaden verteilt auf 4 hp heißt sie verliert ihre komplette population und geht auf 0 ne das wollte ich jetzt eigentlich nicht position und größe zack zack aha funktioniert nicht sehr schön warum klappt das nicht weil ich falsch bin deswegen so wir tränen es um 90 grad sie ist getappt wenn wir so wollen da sie null population hat ach was wir vergessen haben vielfaches von 4 das ei hat ja auch den effekt dass das leitungswagen bekommt wenn quasi eine gerade zahl gewürfelt wird so das hat man ja gar nicht gemacht so die erale akkolytin kontert allerdings auch noch problem ist sie richtet nur schaden an weil vier angriff minus vier insgesamt verteidigung ist null bei der population bringt also nix wir haben hier kein gewinn gemacht so er schreitet weiter vor oder greift er an und schreitet dann vor muss ich überlegen wie es hier einfach schreiten doch es geht weil es uns wieder überlegen können wir genau problem ist sie können wir jetzt auch noch nicht zurückziehen wir können sie mit der toten jungen tauschen aber können sie nicht auf die falle selbst ziehen dass es gegen die regeln ja jetzt fängt an eng zu werden aber ist ein engel gestorben deswegen einer deiner anderen engel auf null geht kannst du all deine kreaturen und 20 hp heilen das machen wir doch mal so das muss ich noch ganz kurz überlegen genau unser erster spieler ist wieder dran unser erster spieler kriegt ein diplomatie punkt dazu und zieht eine karte nach sehr schön ein räumli den brauchen wir auch vom platz her und spielen die mal direkt aus bekommen deswegen erstmal natürlich eine grüne marke dazu ja ansonsten üben uns ganz brav und geduld und geben ab auch hier geben wir erstmal einen diplomatie punkt und ziehen die karte nach licht brauchen wir nicht so dringend leider was wir bräuchten wären kreatoren so ich mach den dann jetzt mal wirklich lang einfach so zack bekommen wir halt eine ladung die andere beiden auf der hand zum abwerfen das weil wir ja hoffentlich irgendwann nach kreatoren nachziehen bewegungstechnisch ist es für uns ist ganz wichtig wir können alle zurückziehen dass wir nicht weil er sich bewegen und angreifen kann oder bringt das was doch können wir auch machen muss noch kurz nachdenken aber das geht denn unser engel stirbt nicht bloß dadurch dann erstmal und unser anderer kann nachrücken vielleicht haben wir glücken würfeln irgendwann mal eine 20 gut die haben jetzt zurückgezogen ja das war es auch schon wieder rundenwurf 3 3 hat nicht viel weiß gar nicht überhaupt ob wir eine 3 jetzt dabei haben sieht grad nicht danach aus gut ja die gegnerphase das heißt die ereignisphase er wird jetzt das spiel kommen die folge wirkt noch und beide würden wieder konkurrieren und kürzestanschen er hier unten würde wieder vier zahlen um ihn in sein danschen zu locken das heißt er muss drei zahlen oder die drei wenn es gleich wäre um sicher zu gehen vier oben wird mir genau den selben zug wie gerade eben machen wir spielen unseren zauber und verzögern das eine runde lang bekommen noch 4 hp dazu gehen deswegen auf 92 dank um wieder die gegnerphase das bedeutet in diesem fall hier stimmt nicht verzeihung die fallen triggern ja noch so jetzt muss ich überlegen gibt noch ein gift ab hier das heißt beide kriegen noch mal fünf gift machen drauf die habe ich uns gar nicht berechnet richtig stimmt dann ist er nämlich schon hier gewesen und du ich habe das gefühl ich habe die mehrfach nicht berechnet 15 15 müsste bei 5 plus 10 bis 15 30 sein bei ihm weiß ich jetzt nicht genau auf jeden fall triggert unsere gift cast falle ach ne den habe ich jetzt erst auf 15 gesetzt alles gut alles gut der muss fünf von fünf haben genau der geht auf 20 hat er doch schon 30 schaden sogar gut okay so ja er greift den krasen liefos aus an macht vier schaden der liefos aus verliert eine population hat dafür aber erst mal kein schaden mehr im gegenzug kriegt der alte kreis den konter ab und verstirbt auf tragischste weise wobei er uns einen siegpunkt hinterlässt da ist der friedhof das gibt ihn irgendwo zack und ein siegpunkt her bitte der ruhmsucher seinerseits wiederum ist dran der rückgleich auf die falle vor deswegen mache ich schon mal eine ladung weg weil sie schießt und macht ihnen 32 schaden abzüglich der rüstung von zwei macht 30 schaden so er rückt vor und greift auch den die versorys an der direkten felswanziger abkriegt der liefos aus konntet aber noch mal nach mit drei mal acht minus zwei mindest rüstung macht 18 schaden geht er auf 78 weiter unten geht es auch sportlich weiter auch hier haben wir unseren ruhmsucher der 1 vorrückt und unsere sanfte weiße attackiert die kriegt 20 schaden und konnte zurück mit 40 also sprich 36 womit er hierbei 520 524 steht ich bin mir 100 pro sicher dass wir den nicht tot kriegen egal wie clever wir spielen der wird durchkommen gut können wir nicht ändern ist so wie es ist was sonst egal ich überlege gerade ob wir es versuchen oder ob wir sagen na gut dann retten wir wenigstens sie hier sie kriegt ja immer 18 schaden das heißt das heißt das heißt das heißt 18 schaden sie hat noch 46 wird noch drei attacken aushalten das heißt sie könnte selbst noch 16 mal 3 48 anrichten wir haben immer noch weit 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 von den 1000 weg der trull hier okay ein bisschen schaden macht er er hat sogar meisten schaden von einem aktuell hält ein bisschen was sogar aus aber ich weiß nicht ich weiß nicht ach wisst ihr was versuch macht klug ne vor allem wenn sie stirbt erheizte sie noch mal wir tauschen als die position unseres getöteten mit unser engel weil quasi ein feld nur zwischen liegt weil die feiern selbst nicht rechnen dürfen so gut moment das ist jetzt schon der nächste zug gewesen das machen wir dann im nächsten zug hier war ja erst mal der angriff gewesen genau ja aber wie gesagt hier sieht es eng aus gut dann kommen wieder ganz normal an die schuldigung der gift schaden der fährt diesmal habe ich dran gedacht wir kriegen erst mal hier wieder einen diplomatie punkt dazu zack gehen nach 25 ziehen die karte nach jay es ist ein natürlich ein natürliche karte wahrscheinlich werden wir ja auch ja wir brauchen platz raus damit kriegen ein natur dazu und da unsere kreaturen sich ja erstmal ein bisschen aufladen müssen zahlen wir gleich ein natur das heißt wir zahlen zwei natoren und holen unseren bär ein spiel der ist nämlich relativ gut für seinen preis leistungsverhältnis kriegt natürlich auch populationsmarken startet wie immer bei einem das heißt es ist noch cleverer wir tauschen die beiden position na komm her weil unser funger salamand das erfolgt das heißt er kann ruhig ein bisschen schaden erstmal einstecken wenn es zum kampf kommt da kommt ein einzelnen gut ja tauschen noch die position von den beiden dass der bär eher voll ist als erste bär ist 100 prozent garantiert ja hier sieht es nach wie vor gut aus ich überlege auch schon die versorgen zurückziehe ich denke auch nicht wir können ja spontan dann hinterher mit ihnen tauschen gut die versorgen du schiebst erstmal wache ach jetzt sehe ich das problem wenn er stirbt dann ist trotzdem jemand davor okay gut kein ding so hier unten haben wir schon gemacht dass wir die position verändert haben von den letzteren diplomatie geht auf 18 ziehe eine karte nach was ist das sendest du jetzt so x attraktion warum es war nicht und wir heilen uns ein bisschen gut so ich habe schon bewegt euch beide hier würde ich noch tauschen auch wenn du auch nicht viel aushalten wirst so unsere sanfte weise hier und uns protektoren greift ganz mutig den ruhm suche an kriegt selbst erstmal 18 schaden geht als auf 52 schaden und verursacht selbst 16 deswegen darf 240 geht das war es auch schon wieder ereignisphase nach wie vor will der spiel kommen nach wie vor würde hier unten vier diplomatie gezahlt werden und da die beiden konkurrenz stehen und auch eine dringende konkurrenz ist aktuell können ja beide so viele typen punkte zahlen wie sie lustig sind deswegen behaupte ich mal wir machen das jetzt über die diplomatie punkte sie unten einfach mal vier ab sind sie da ziehe vier ab haben wir 14 wenn wir alles investieren einfach nur weil es mathematisch ausgleichen wird man kann naja pokern müsste er 15 zahlen wenn denn keine zauberkarte gespielt wird sehe ist auch kein grund dafür wo ist es da 10 theoretisch lässt sich jetzt im pokern oder auch mit den zauberkarten weiter pokern und ich überlege ob wir das tatsächlich machen warum auch nicht zum beispiel hier inspirierende anziehung ganz nach vorne bitte bis zum ende des zuges plus zwei attraktionen ziehe eins und kann man 0,25 also eine karte nach und das können wir durchaus gebrauchen wir wollen ja sowieso irgendwann die fallen ran so haben wir noch nicht gezogen hier oben muss nachgerüstet werden können selbst unseren zauber spielen oder wir geben die diplomatie punkte außer strategisch klüger wäre jetzt muss unten wieder nachliefern wir schauen mal unten ob es das gäbe so bis zu endest du selbst x attraktion x der augenzahl das wo es entspricht ziehe eine karte und teile dich um vier würden wir trotzdem machen allein um die karte auch nachzuziehen so ziehe eine karte nach zwei attraktion nicht zwei das ist falsch komm mal vor du bist ganz nach vorn ein d6 wurf vier okay das heißt oben müssen wieder vier nachgezahlt werden was natürlich an sich noch nicht das problem ist hier ziehen wir noch eine karte nach und kriegen vier ap dazu ein kleines gold section ich lege euch mal untereinander jetzt so was ich noch gar nicht gemacht habe ist der allgemeine rundenwurf den holen wir jetzt mal schnell nach 15 das dürfte doch für licht ganz gut sein für eine tor eher weniger 15 hier kommt eine marke dazu das ist ja doch wieder gut für alle da die sind noch voll du hast kein 15 4 4 4 10 auch nicht auch kein gerade der troll geht auf full was ganz gut ist im aktuellen fall hier passiert nix hier auch nicht hier auch nicht hier kommt eine ladung dazu so 5 herzlich willkommen wieder am spiel drehung 0 so ist wieder dabei ansonsten ja passiert da auch nix gut das bedeutet also dass ich nicht in der lage bin die maus richtig zu ziehen nein das bedeutet er kommt hier mit seiner rüstung ins spiel zu spieler 1 und spieler 2 kann nix dagegen tun hier geht die letzte zeitmarke weg werden noch mal 5 giftmagen verteilt und der ruhmsucher ist dran greift den niphosaurus an kriegt 20 schaden das heißt 4 gehen sogar noch rüber und er geht auf eine population von 2 macht vorher noch konterschaden mit 3 mal 6 also 18 schaden heißt 116 stehen jetzt hier drauf der kopfgeldjäger der bewegt sich zwei felder vor landet dann hier und ja war es erstmal der hat eile deswegen zwei felder hier unten ist nach wie vor gefährlich unser ruhmsucher kämpft jetzt mutig gegen den riesenadler der riesenadler macht 8 mal 2 sprich 16 schaden und der ruhmsucher selbst macht 20 schaden schmeißt damit einen der adler hinunter zack und es verbleibt ein adler ja ich würde sagen gut aber für unten sieht es einfach nicht gut aus aber für heute sollte es gewesen sein ich sehe gerade das ist ja schon wieder locker 45 minuten rum machen wir uns noch einen ganz kleinen überblick wo wir es gerade gesehen haben es sieht nicht gut aus für spieler 2 wir haben unten zwar haufenweise mauern aber die bringen uns eigentlich aktuell nichts wir kriegen keinen mehr ins dungeon rein weil oben erstmal abzieht haben auch keine diplo punkte mehr oder irgendwas anderes aber was wir noch machen könnten jetzt überlege ich gerade gib mir einen moment wenn wir das machen täten ne der troll ist voll da hätte wir bloß hier durch einen gewinn ne ich hätte überlegt ob wir den wurf verdoppeln aber haben wir nicht wirklich was davon egal ja hier unten wie gesagt können wir einen wahrscheinlich aufhalten aber ihn er wird höchstwahrscheinlich durchkommen einfach weil er so fette Rüstung hat das ist schade er gegen sie als Siegpunkte verloren hier oben sieht es einfach umso besser aus dadurch einfach das Glück hatten dass beide Giftfallen da sind können wir uns quasi fast jeden Gegner hier relativ schnell weghauen weil wir es im Fall blocken ja durch eine Rumsuche haben wir alleine ich glaube 3 bringt er ne ich muss mal kurz genauer schauen ne ich wollte es größer haben weicherst du dich? gut da ja der Rumsuche alleine bringt 3 ich habe vergessen den Schaden zu machen bringt alleine 3 4, 5 dann wären wir hier oben schon bei 9 also wir stehen hier kurz vor dem Sieg von Spiel 1 und ja wahrscheinlich wird das auch so ausgehen aber ich verabschiede mich hoffe dass wir das nächste Mal die Partie zu Ende kriegen bis dahin sage ich mögen euch die Gaming Götter heute sein tschüss tschüss ja die Vielen Dank.